Musik Wer von euch letztes Jahr schon auf dem Podstock war, erinnert sich vielleicht noch, da gab es hier einen Vortrag dazu, wie macht man das eigentlich mit dem Fotografieren? Und dieses Jahr gibt es jetzt sozusagen die Fortführung des Ganzen, denn wenn man so ein Foto aus der Kamera rausholt, dann ist das ja meistens noch nicht so perfekt, wie man das am Ende in sein Fotobuch eingeklebt haben will. Das heißt, Tobias wird jetzt hier zwei Stunden Programm füllen, eine Stunde hätte er einen Vortrag über Bildnachbearbeitung, Bildbearbeitung, was ist der korrekte Begriff? Bildbearbeitung. Über Bildbearbeitung und später dürft ihr das dann alle an seiner mitgebrachten Station auch ausprobieren, das dann ab zwölf. Jetzt aber erstmal der Vortrag mit Tobias. Viel Spaß euch! Ja, danke Beggi. Ja, also ich lege einfach mal los. I shot raw ist ein Tippfehler. Ich wollte eigentlich I shoot raw schreiben, weil das das Motto von einem amerikanischen Fotografen ist, aber letztendlich ist es viel besser, weil I shot ist die Vergangenheitsform. Also wenn man raw fotografiert hat, danach, da setze ich jetzt an. Und ich will erstmal erklären, was hat es mit diesem Wort raw auf sich, weil fotografieren tut ja heute fast jeder mit seinem Handy, mit Kameras, welcher Form auch immer. Aber manche Kameras, teilweise heutzutage sogar schon Handys, besitzen die Fähigkeit, das, was da fotografiert wird, nicht nur oder nicht ausschließlich in eine JPEG-Datei, das ist ja das, was jeder so kennt, zu gießen, sondern einem auch eine raw Datei zu liefern. Und jetzt ist die Frage, was ist denn diese raw Datei? Okay, technisch gesehen sind es die rohen Sensordaten. Also in eurer Kamera, in eurem Handy ist ja ein Sensor drin, da sind kleine Punkte, die nehmen Licht auf. Ja, und dann kommt eine Menge Voodoo und am Ende steht normalerweise die JPEG-Datei. Man kann aber auch sagen, seiner Kamera sagen, nee, entweder parallel zum JPEG oder ausschließlich, ich hätte gern diese rohen Sensordaten. Und die werden dann entweder noch ein bisschen komprimiert, das kann man in der Kamera einstellen, entweder verlustfrei oder sogar mit ein bisschen Verlusten. Und es geht darum, diese RAW-Dateien sind deutlich größer als diese JPEG-Dateien. Also bei meiner Kamera reden wir da, glaube ich, von 50 Megabyte pro Bild. Also da sind große Speicherkarten schon mal angesagt. Das Problem ist, es gibt unterschiedliche Formate und zwar schon mal auf alle Fälle herstellerspezifisch. Also CR2 ist das aktuelle Format von Canon, also CR steht für Canon RAW. NEF steht, wenig überraschend, für Nikon, Nikon Electronic Format. Und ich weiß nicht, ob andere Kammerhersteller da auch noch was machen, weil das da auch sehr ans Eingemachte geht. Und jede Software, die irgendwie diese RAW-Dateien verarbeiten will, muss erst mal rausfinden, was steckt denn da in der Datei drinne, wie steht es da drinne. Und das ist eben, weil da sich die Hersteller nicht so gerne in die Karten schauen lassen, also quasi in die Speicherkarten. Was es da gibt als, ich habe mal es KGV genannt, die Mathematiker werden sagen, ja, stimmt, kleines gemeinsames Vielfaches. Es gibt ein Format, das hat Adobe sich ausgedacht, das DNG, das Digital Negative. Darin kann man eigentlich mit dem Tool, was Adobe zur Verfügung stellt, alle RAW-Formate aus den verschiedensten Kameras in dieses DNG überführen. Und das ist dann sozusagen die Ausgangsbasis, die man dann eigentlich in jedem Programm weiterverarbeiten kann. Die Frage, warum sollte ich denn überhaupt im RAW-Format fotografieren? Oder warum sollte ich meiner Kamera sagen, mach mal auch oder ausschließlich RAW-Dateien? Und da hilft es mal, einen Rückblick zu machen auf die analoge Fotografie. Also früher hat man ja so einen Film eingelegt und dann hat man Fotos gemacht. Und wenn man ein Normalstäblicher war, hat man diesen Film ins Fotolabor gegeben. Und dann kam hinterher so eine Tüte mit diesen Abzügen. Die Älteren werden sich erinnern. Und da hatte man überhaupt keinen Einfluss drauf. Also man konnte natürlich die Kamera einstellen, wobei natürlich auch damals die modernen Kameras schon Belichtungsmesser und so hatten. Aber es konnte dann auch mal sein, dass man Abzug in die Hand nahm und der war vielleicht nahezu schwarz oder nahezu weiß oder sonst irgendwas stimmte mit dem nicht. Und dann musste man damit leben. Und so ähnlich ist das heute mit den JPEG-Dateien. Meistens kommt ein halbwegs brauchbares Ergebnis raus. Aber manchmal ist es auch halt nicht so toll. Ist es vielleicht überbelichtet oder unterbelichtet? Und man könnte jetzt auch aus dem JPEG-Datei, aus der JPEG-Datei könnte man auch noch was rauskitzeln. Aber ich werde das zeigen, nicht so schön wie aus den RAW-Dateien. Also wer die RAW-Datei nimmt, hat quasi die Möglichkeit, die früher jemand hatte, der mit Film fotografiert hat und selber entwickelt hat. Der konnte dann sagen, oh, ich habe die Kamera aber falsch eingestellt. Der ganze Film ist überbelichtet. Dann konnte man schon beim Entwickeln des Films darauf natürlich Einfluss nehmen. Oder beim Ausbelichten des Films auf Fotopapier konnte man auch noch mal Einfluss nehmen. Und diese ganzen Möglichkeiten hat man halt, wenn man RAW-Dateien hat und dann mit einer entsprechenden Software darauf losgeht. Also es bietet einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, weil man hat eben das, ja, das Rohe. Und das möchte ich mal ganz kurz an einem Beispiel zeigen, mit Björns Erlaubnis, die ich jetzt einfach mal voraussetze. Ach so, ja, da muss ich die Präsentation immer kurz beenden, weil sonst zeigt er das nicht an. So, hier. Hier haben wir ein Foto von Björn. Und ihr werdet sagen, ist ja okay. Also vom Menschen mal abgesehen. Nein, also, das ist ja etwas, wo man sagt, ja, ist doch okay. Also was willst du denn? Ja, ich zeige euch mal das Original. Das Problem ist, ich habe von Michael mir, ein Objektiv hat er mir geliehen, kurz mal ein 50mm 1.4, 1.4 heißt, super lichtempfindlich. Ich habe es an die Kamera geschraubt, habe das Foto gemacht und die Kamera war so eingestellt, dass sie mit so viel Lichtempfindlichkeit überfordert war. Also ist das Foto, wie man sieht, viel zu hell. Und wenn ich jetzt ein JPEG hätte, ja, dann hätte ich ein JPEG, könnte da versuchen, das dunkler zu machen. Das würde nicht mal halb so gut funktionieren, wie es hier funktioniert hat. Also das ist so ein unfreiwilliges, perfektes Beispiel dafür, dass das RAW-Format ein Retter in der Not sein kann. Wenn wirklich mal was schief läuft, so wie es hier mir jetzt passiert ist, ja, einfach RAW dunkler machen, zeige ich nachher am konkreten Beispiel, wie man das macht und alles ist wieder gut. Ja, das ist auch ein schönes Bild von dir. Ja. Gut. Ja, ich bin immer sehr gut da drin, mich da irgendwo reinzureiten. Das ist mein Talent. Ja, das weiß ich ja. Gut. Ähm, ja. Ja, die Frage, was mache ich denn mit dem RAW? Ich habe ja jetzt gesagt, es wäre schlau, die Kamera so einzustellen und wie gesagt, so die High-End-Andies, die aktuellen iPhones, die High-End-Android-Phones mit entsprechenden Apps machen das sogar auch. Also auch die geben euch RAW-Dateien. Aber was mache ich denn damit? Weil, klar, moderne Betriebssysteme können die zwar anzeigen, aber ich will sie ja bearbeiten. Ich will ja solche Späßgen damit machen, wie ich eben mit dem Bild gemacht habe. Und da gibt es jetzt verschiedene Programme. Ich werde das heute hier zeigen anhand von Lightroom, weil es das Programm ist, was ich schon seit Jahren benutze und was auch immer noch so, ja, den Ruf hat, eigentlich das Beste zu sein, jedenfalls so in der Szene, in der ich mich bewege. Es gibt Alternativen. Ich habe ein paar da genannt. Einige kostenlos, einige günstig, einige sehr teuer. Dieses Polar zum Beispiel ist interessant. Das kann man sogar im Browser machen. Also da lädt man seine RAW-Datei, die leider ja etwas größer ist. Die lädt man hoch und kann dann im Browser die ganzen Späße machen, die ich jetzt gleich in Lightroom machen werde. Ein wichtiger oder gar nicht so unten, ein wichtiger Nebenaspekt, und das ist dann auch ein Widerspruch, ein Nebenaspekt. Ein wichtiger Aspekt ist eigentlich, Lightroom ist auch ein DEM, ein Digital Asset Management Produkt. Es geht ja auch darum, wenn man so viel fotografiert, dann verliert man ja auch schnell den Überblick über seine Bilder. Das heißt, wenn ich nur in JPEG fotografiere und haue die einfach auf meine Festplatte, ich finde die Sachen nie wieder. Und Lightroom ist eben auch eine Möglichkeit zu sagen, so kümmere du dich mal darum, die Bilder irgendwie strukturiert auf meiner Festplatte abzulegen. Ich will mir da gar nicht so viele Gedanken drüber machen, aber ich will die Sachen auch schnell wiederfinden. Und das bieten zum Beispiel an einige von diesen anderen Bildbearbeitungsprogrammen nicht, die sagen, gib mir das Bild, ich bearbeite es, ich speichere es dir wieder, aber dann interessiert es mich auch nicht mehr. Und Lightroom ist wirklich so wie eine Bibliothek, so ein Ablagesystem. Ja, und das war es jetzt auch schon mit den Folien, weil wir jetzt gleich einsteigen in die Live-Demo, weil ich wollte euch mal zeigen, eigentlich will ich so ungefähr das machen, was ihr dann hinterher selber machen könnt, an den Rechnern, die ich da hinten aufgestellt habe. Dazu gehe ich hier raus, gehe wieder zurück ins Lightroom. So, ihr seht, das sind hier die Fotos, die ich schon im Laufe des Podstocks gemacht habe. Ja, jetzt erst mal ein bisschen die Lichter ausmachen. Becci, weißt du, wo die Lichter ausgehen? Stimmt, weil hier ist eine Lampe direkt. Ja, schon viel besser. Ja, erst mal so ein bisschen zu der Oberfläche von Lightroom. Wir sind jetzt, das seht ihr oben rechts, wir sind in dem Modus, was ich ja, das Wort habe ich eben schon benutzt, Bibliothek. Das ist einfach so ein Blick auf, ja, welche Bilder gibt es, wo liegen diese Bilder. Ist hier eben, sieht man mit Vorschau auf das Bild, was man gerade angeklickt hat. Hier seht ihr, habe ich zum Beispiel Stichwort, Tags vergeben, Podstock 2019. Das ist, was ich sagte, was mir nachher hilft, einfach mit Hilfe einer Suche die Bilder ganz schnell wiederzufinden. Das ist jetzt bei Podstock nicht so schwer, weil ich werde mich daran erinnern, wann es war. Und man sieht hier links schon, wenn man nichts anderes macht, dann werden die auch automatisch in so Ordnern mit Datum abgelegt. Das mache ich mit meinen JPEGs, die ich parallel mache auch. Lightroom macht es standardmäßig auch, dass er für jeden Tag einen Ordner anlegt. Aber wenn jetzt irgendwie ein Bild ist, wo ihr nicht mal mehr wisst, wann es zeitlich war und ihr habt es mit dem Stichwort versehen, dann könnt ihr es über die Stichwortsuche ganz schnell wiederfinden. Also ich kann ja mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt hier auf der aktuellen Platte noch drauf. Achso, nee, das war jetzt keine Suche. Jetzt haben die Podstock-Bilder alle den Namen von meinem Hund. Auch nicht schlecht. Achso, ja, da zeige ich das hier erstmal. Hier kann man auch sich die Bilder nochmal filtern nach den verwendeten Objektiven. Also wenn ihr wisst, da habe ich ein Bild mit einem ganz bestimmten Objektiv gemacht, mit einer ganz bestimmten Kamera, dann findet ihr das auf dem Weg auch wieder. Und hier ist eben die Textsuche. Und ich gucke mal, ob ich jetzt hier die Hundebilder finde. Nee, die sind nämlich schon längst ausgelagert auf einer externen Festplatte. Weil, wie ich schon sagte, RAW-Dateien, große Dateien. Ich habe hier ein Notebook mit einer SSD, leider nur mit einer 256er. Da ist man doch schnell damit beschäftigt, die Bilder ins Backup zu schieben, weil die ganz schnell die Platte vollmarmeln. Wie gesagt, das ist der Bibliotheksmodus. Interessant ist dann, wir nehmen jetzt mal wieder das, nee, ich zeige es mal so von vorne. Ich habe hier eine Speicherkarte. Da die Notebooks nur ein MicroSD haben, liegen die Bilder da in Ordnern. Hier kann ich die Karte einsetzen. Lightroom erkennt, oh, da ist eine Speicherkarte eingesetzt worden. Windows erkennt sie auch, das ist nett, das interessiert mich nicht. Und er zeigt die Bilder an, die auf der Speicherkarte sind. Was sich jetzt hier geöffnet hat, ist der Importieren-Dialog. Er zeigt eben links außen an, was es so gibt und das, was er jetzt für relevant hält, nämlich diese Speicherkarte. Er zeigt, welche Bilder auf der Speicherkarte drauf sind. Und er zeigt mir hier rechts an, wo er diese Bilder, wenn ich sie jetzt gleich übernehme, wo er sie hinpacken wird. Und er legt eben Ordner an. Ihr seht, da ist ein altes Bild bei und ein paar Bilder von 2018. Es wird halt für jedes Jahr ein Ordner angelegt und für jeden Tag ein Unterordner. Das kann man alles konfigurieren. Ich habe es so gelassen, weil letztendlich ist es mir egal, wo er die Bilder hinpackt. Ich finde sie ja anderweitig wieder. So, und dann kann man hier, wie ihr seht, noch Häkchen setzen. Könnt sagen, alle Fotos, nur neue Fotos. Das ist immer ganz gut, wenn man eine Speicherkarte einlegt. Da sind Bilder drauf, die man schon importiert hat. Dann kann man sagen, Duplikate überspringen, weil er muss sie ja nicht nochmal importieren. Also das, was man hier in der Regel macht, ist Karte rein, Dialog ploppt auf. Man kann sich überlegen, ob man, das empfiehlt sich sehr, ob man schon beim Importieren Stichwörter hinterlegen will, weil hinterher vergisst man es wieder. Also, wenn ich jetzt die Bilder vom Podstock importiere, sage ich gleich Podstock 2019 und dann sind sie mit diesem Stichwort versehen beim Importieren. So, dann werden die Bilder importiert. Das kann je nach Datenmenge, Rechnergeschwindigkeit, SD-Kartengeschwindigkeit ein bisschen dauern. Hier geht das so einigermaßen. Und ihr seht auch gleich, da sind so, ich habe mir wieder ein paar kritische Fälle rausgesucht. Ach so, was er beim Importieren auch macht, ist Vorschauen berechnen. Das heißt, er berechnet sich schon mal ein Vorschaubild, was er dann benutzt, wenn man schnell durch die Bilder durchscrollt und einige Menschen schwören darauf, diese Vorschauen in der hohen Auflösung zu machen, damit dieses Durchscrollen durch die Bilder besonders schnell geht. Wie gesagt, ist alles sehr hardwareabhängig, welchen Weg man da geht. Ja, und wenn ich dann die Bilder importiert habe, dann kann man sozusagen mit dem ersten Anfang drückt D, D wie Develop, entwickeln, weil man das eben aus dieser analogen Welt übernommen hat. Und dann sieht man hier das Foto von Martin Rützler, das ist von der Subscribe. Ja, und da hatte die Kamera halt gesagt, oh, da leuchtet ja was, da ist was Helles, also kann ich mit der Belichtung runtergehen. So, und wenn ich jetzt da, wenn ich ein guter Fotograf wäre, dann hätte ich das schon gleich bemerkt und hätte der Kamera gesagt, nee, nee, mach mal trotzdem mehr Belichtung. Aber so habe ich hier halt die Möglichkeit, es gibt hier Regler und wir gehen die mal von oben nach unten durch und der, für solche Fälle, der spannendste Regler ist der Belichtungsregler und den kann man eben hier nach rechts bewegen und das Bild wird insgesamt heller. und das kann man mit einer JPEG-Datei auch machen, aber da fliegen einem schnell die Farben um die Ohren, weil halt nicht so viel Information in dem Bild drin steckt, wie in so einer RAW-Datei. Wenn man jetzt sagt, ja, das ist schön, jetzt wird aber alles hell, dann kann man auch den Kontrast überspringen. Ich mal kann man sagen, naja, dieses, das Gedöns hier vorne ist ja schon schön hell, ich will den dunklen Bereich heller haben, wir haben hier noch mal vier Regler, die jeder, man sieht das, wenn ihr mal oben rechts aufs Histogramm guckt, da wird immer so ein Bereich, ich weiß nicht, kann man das sehen, da wird so ein Bereich hinterlegt, weil jeder dieser Regler ist für einen bestimmten Helligkeitsbereich des Bildes zuständig. Das Histogramm sagt uns ja, wie viel Pixel gibt es in welchem Helligkeitsbereich und wir sehen, wir haben zwar was in der Mitte, aber wir haben auch ganz viel im Dunkeln und wir haben so ein paar Sachen, gerade so bläuliche Sachen, ganz rechts, ja klar, das ist dieses blaue Leuchten und eigentlich möchte man am liebsten immer so einen Hügel haben, also die Masse in der Mitte und wenn es das Motiv nicht unbedingt erfordert, nicht ganz viel im Schwarzen und ganz viel im Hellen, außer wie gesagt, das Motiv verlangt es so und deswegen gibt es hier die Regler, mit dem Lichterregler kann ich so den helleren, aber nicht ganz hellen Bereich dunkler machen und mit den Tiefen und der ist jetzt für mich interessant, kann ich den dunkleren Bereich heller machen und wenn ich jetzt an dem Regler ziehe, dann sieht man, dann wird quasi nur, ich sage jetzt mal, dann wird nur Martin heller. Darf ich nicht übertreiben, also ich bin jetzt auch schon fast am Anschlag, dann fangen die Farben auch langsam an zu flirren, also dann wird es langsam, sieht es unnatürlich aus, da muss man immer aufpassen, dass man nicht überreißt. Ich kann jetzt auch hier, es gibt noch einen, der nennt sich Weiß, ich benutze ein deutsches Lightroom, andere schwören mehr auf das englische Lightroom, weil die Begriffe da vielleicht manchmal ein bisschen treffender sind, also mit Weiß ist gemeint, die ganz hellen Bereiche und diesen ganz hellen Bereich, wenn ich den jetzt dunkler mache, dann müsste man das sehen, seht ihr, dann wird die Lichterkette weniger, nur ein bisschen, aber ich kann quasi das Licht in der Lichterkette regulieren, das macht dieser Regler und der Schwarz ist, wie man sieht, für die ganz dunklen Bereiche zuständig, die ganz dunklen Bereiche sind natürlich Martins Jacke, das Headset und hier der Getränkeautomat, der Getränkeautomat, aber das ist ja auch schwarz, das kann ja auch gerne schwarz bleiben, wir wollen das Bild ja nicht verfremden. Ja, und da kann man jetzt eben schauen, was man noch so macht, wenn wir hier ranzoomen, dann sehen wir hier, kann man sagen, ja, ist ein bisschen krisselig, war auch nicht ganz so, dann gibt es hier noch den Bereich Details, Details ist für die Schärfe, da kann man dann hier noch sagen, ja, ich möchte hier ein bisschen schärfen, also, ja, ein bisschen schärfen, wobei, wenn ich sage, ich möchte Rauschen weghaben, das kann man hier auch alles machen, aber das greife ich jetzt schon nicht vor, sondern in einen Bereich, wo ich sage, das geht jetzt schon zu weit. Aber ihr seht, man kann alleine schon mit diesen Grundeinstellungsreglern kann man schon eine ganze Menge machen, man kann zum Beispiel den Kontrast höher regeln, das sieht man im Histogramm, das Histogramm wird dann so extrem, es wird in die Breite gezogen und das führt dann dazu, das kann ganz sinnvoll sein, aber bei diesem Bild würde ich es gar nicht so viel machen. Aber wie gesagt, ich kann hier die Tiefen rausholen, weil das Bild insgesamt eigentlich zu dunkel ist. Ein krasses Beispiel war das hier, wie jeder sieht, das ist Roddy, und das war genau so ein, da war es dann noch schlimmer, ihr seht, im Hintergrund ist die, ja, die Fensterwand und der helle Himmel und dann habe ich gesagt, gut, nee, das ist jetzt ein bisschen zu heftig, das kann ich natürlich hier auch versuchen mit dem Belichtungsregler erst mal, irgendwann wird der Hintergrund zu hell, dann kann ich natürlich sagen, ich ziehe den Tiefenregler, oh ja, hallo Roddy. Und das ist eben etwas, wie gesagt, das ist jetzt schon hart an der Grenze auch der RAW-Bearbeitung, aber das kriegt ihr mit dem JPEG nicht hin. Da kommt dann nur noch Farbenmüll raus. Nun habe ich natürlich, gleich als ich das Foto gemacht habe, gesagt, gut, zwingst du die Kamera mal höher zu belichten, damit Roddy gut zu sehen ist und dann seht ihr, dann passiert dasselbe wie bei dem Foto von Björn, dann ist natürlich der Hintergrund viel zu hell, aber das kann ich ja mit dem Lichterregler runterregeln. Dann kann ich, wenn ich ganz hardcore bin, ziehe ich den Weißregler noch runter, dann kann ich Roddy noch ein bisschen heller machen und dann muss ich aber vielleicht doch, war es ein bisschen zu viel, insgesamt wieder runtergehen. Und schon habe ich das Foto auch gerettet oder überhaupt brauchbar gemacht, weil im Urzustand war es ja eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Ja, das ist jetzt ein Foto auch von der Subscribe und ja, da seht ihr, da sitzen Claudia und Jenny, wenn ich das richtig erinnere und das ist so ein Foto, wo ich sage, ja, das ist eigentlich auch schon ganz gut, aber man sagt sich vielleicht, ich habe jetzt von weit, weit hinten fotografiert, ich hatte, wie man oben rechts sieht, ein 70 bis 200, ich habe es nicht voll ausgenutzt, aber manchmal ist es so, ich fotografiere immer lieber mit ein bisschen mehr Luft drumherum, weil man manchmal hinterher merkt, oh, es war doch ein Schiefe, ich habe so eine Tendenz, ein bisschen schief zu fotografieren, hier geht das einigermaßen und wenn man dann das Bild gerade rückt, wird es ja kleiner und wenn es kleiner wird, dann schneidet man vielleicht nachher doch was von dem weg, was man eigentlich drauf haben wollte und deswegen fotografiere ich dann doch lieber eine Nummer größer und hinterher sage ich mir, naja, aber eigentlich das Spannende ist ja doch eigentlich ein bisschen mehr im Kern des Bildes und dann kommt eine Sache, die man auch mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen, natürlich auch mit JPEG-Dateien machen kann, die ich aber finde, die in Lightroom sehr elegant gelöst ist, mit R, fragt mich nicht, warum R, auf Englisch sagt man Crop, mit R blendet man so ein Rechteck ein und das ist jetzt zum Beschneiden des Bildes und da kann ich jetzt sagen, gut, ich war ein bisschen großzügig, mich interessieren ja hier die Menschen auf dem Foto, kann sagen, hier den Tisch möchte ich noch mit drin haben und wenn ich hier mit der Maus nach außen gehe, dann verwandelt sich der Mauszeiger, das soll irgendwie so ein gebogener Doppelfile sein, dann kann ich jetzt auch ganz einfach das Bild noch kippen und wie gesagt, mir passiert das oft, dass ich das mache, hier ist es mir ganz gut gelungen, man kann sich da an diesem Pop-Up im Hintergrund, diesem Ding orientieren oder auch an der, im Hintergrund an der hier Bühnenkante und man sieht, das ist 0,09 aus dem Winkel, also wirklich eine riesige Ausnahme, dass ich so gut fotografiert habe, also so gut im Sinne von waagerecht und das ist auch eine Sache, die ich fast mit jedem Bild mache, dass ich sage, so ich muss es nochmal ein bisschen in Form bringen, zurechtschneiden, weil ich halt meistens dann doch ein bisschen großzügiger bin. Ansonsten seht ihr das Bild hier, wieder vom Histogramm, es ist ein bisschen dunkel, ja, aber es ist nun mal auch viel dunkel, hier sind die dunklen Köpfe im Vordergrund, und der Hintergrund ist so einigermaßen, das ist ja hier dieser blaue Keil und ich kann dann halt überlegen, ob es Sinn macht, doch noch ein bisschen wieder, also ich bin so ein Freund von diesem Tiefenregler, um dann noch ein bisschen mehr rauszuholen. Der Klarheitsregler wird auch lokaler Kontrast genannt, der macht etwas, was ich selten nutze, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen mit dem, dann seht ihr, dann kriegt das so einen ganz komischen Look. Das macht man, manche Fotografen machen das gerne bei Männerportraits, also wenn man so ein Männerportrait hat, so eine Nahaufnahme, vielleicht von jemandem mit Bart, ich gucke niemanden an, und man dreht dann den Klarheitsregler auf, dann kommen die Strukturen im Bart oder die wettergegerbte Haut kommt dann so richtig zum Vorschein. Ansonsten benutze ich den Regler selten. Was noch interessant ist, sind, dass es zwei Regler gibt, die relativ ähnlich sind, nämlich den Regler Sättigung. Sättigung hat, kennt fast jeder irgendwie, hat mit der Farbsättigung zu tun, da kann man einfach die Farben reindrehen, wozu hier nicht unbedingt Bedarf ist. Man kann sie, weil es vielleicht zur Bildstimmung passt, auch rausnehmen. Interessanter ist allerdings der Dynamikregler, weil der Dynamikregler ist so ähnlich wie der Sättigungsregler, aber er lässt die Hauttöne in Ruhe. Das heißt, die Menschen in dem Bild kriegen nicht plötzlich Sonnenbrand, sondern die bleiben, wie sie sind, aber alles andere wird kräftiger. Und deswegen benutze ich fast ausschließlich diesen Dynamikregler, um die Farben so ein bisschen satter zu machen, ohne die Leute unter die Sonnenbank zu schicken. Gut, was haben wir denn noch? Ja, das ist wieder ein Beispiel für Kamera am Limit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich der Beamer wird es wahrscheinlich noch weniger sichtbar machen. Da steht jemand. Da ist jemand und da kann ich jetzt auch wieder dieses Spielchen machen, wenn ich jetzt den Tiefenregler hochziehe, dann kommt er richtig, dann ist er richtig zu erkennen. Nur ein kurzes Beispiel wieder dafür, was das RAW-Format für ein Potenzial hat, was man da alles noch rausholen kann, was normalerweise, hätte ich jetzt ein JPEG, wäre das Bild so, wie es ist oder wie es war, als ich es gemacht habe. Weil, nochmal kurz zur Erklärung, das kann die Kamera halt nicht, die Kameraautomatik, die sich um Belichtung und so weiter, je nachdem, was ihr die Kamera alles selber machen lässt, sobald eine Automatikkomponente dabei ist, muss die halt das Bild analysieren und sieht helle und dunkle Flächen und versucht das alles wie auf so einen Mittelwert zu machen. Und die Kamera weiß nicht, dass da hinten ein Mensch steht, dessen Gesicht ich gerne erkennen möchte. Das kann die Kamera nicht. Und das muss ich hinterher, ja, nicht der Kamera, dem Bild rauskitzeln. Das geht halt nur, wenn ich eine RAW-Datei habe. Ja, Tiere gehen immer. Das ist jetzt so, ich sage mal, unter fotografischen Aspekten ist es ein ganz blöder Hund. Nur unter fotografischen Aspekten. Das ist ein ganz lieber Hund. Das Problem ist nur, da versackt alles irgendwie in diesem Fell. Also irgendwie, das ist dann so ein Beispiel, wo man sagt, da kann man mal den Klarheitsregler ein bisschen, weil dann fängt man an, diese einzelnen, es kommt jetzt im Beamer nicht ganz so gut drüber, dann kommen diese einzelnen Haare mehr zum Vorschein, die vorher so als Masse einfach verschwinden. Man kann natürlich auch sagen, wieder mein Lieblingsregner, ich ziehe die Tiefen ein bisschen hoch, aber dann wird es auch schnell. Ich sage immer so, wir Fotografen wissen ja, was wir fotografiert haben. Wir wissen ja, wie es aussah, als wir es fotografiert haben. Und das Ziel sollte sein, das hinterher im Endprodukt darzustellen und nicht irgendwas zu machen, was wir selber als Mensch gar nicht gesehen haben. Man kann die Regler alle bis zum Anschlag ziehen und dann sieht man halt alles, was im Dunkeln war und alles, was im Hellen war. Aber das ist nicht das, was wir mit dem Auge gesehen haben. Das kennt ihr von diesen, es gab ja mal die Mode dieser HDR-Bilder, wo die Farben dann so total explodiert sind. Wurde ja auch Clownskotze genannt. Das wurde deshalb so meistens negativ empfunden, weil das Gehirn sofort wusste, das kann ich nicht so, das kann es so in real nicht geben. Und deswegen muss man eben, darf man es halt nicht übertreiben. Ja, was auch ein willkommenes Motiv ist für Raw-Bearbeitung, sind Sonnenuntergänge, weil dasselbe Problem da besteht. Hier habe ich ein bisschen wieder die Fensterbank schief. Und da kann man, also hier kann man wirklich Einfluss darauf nehmen, wie ich gerade sagte, ich weiß ja, wie es aussah, ihr nicht. Und ich könnte euch aus dem Bild, ich sage mal, zehn verschiedene Versionen geben. Also natürlich nicht gleichzeitig, dann seht ihr es ja. Ich könnte zehn verschiedenen Leuten zehn verschiedene Versionen geben und jeder würde sagen, ja, ist ein Sonnenuntergang. Und dann vergleicht ihr die miteinander und sagt, oh, sehen ja alle unterschiedlich aus. Aber jeder für sich sähe vielleicht realistisch aus. Und das ist auch ein gutes Bild, um mal hier oben hinzugehen, nämlich Temp ist der sogenannte Weißabgleich. Das ist ja auch eine Sache, die Kamera muss ja bei jedem Foto entscheiden, wenn jetzt Automatik ist oder wenn die Kamera das Handy oder so, den Weißabgleich, also zu entscheiden, was für eine Art Licht ist denn hier. Und beim RAW ist es so, das kann ich hinterher alles verstellen. Ich kann ein Bild mit einem völlig falschen Weißabgleich machen. Ich könnte jetzt also nach draußen gehen, könnte der Kamera sagen, hier ist Neonlicht. Und dann mache ich wie wild Fotos und die JPEGs, die da rauskommen, sehen alle Mist aus, weil natürlich der Weißabgleich falsch ist. Wenn ich aber die RAW-Dateien nehme, dann kann ich hier oben, WA steht für Weißabgleich, wie Aufnahme, also jetzt ist es so, wie die Kamera bei Aufnahme eingestellt war. Ich habe es meistens auf automatisch stehen. Aber ich kann jetzt jeden beliebigen Weißabgleich, den ich an der Kamera einstellen könnte, auch nachträglich einstellen. Also ich könnte jetzt sagen, das war mit Blitz fotografiert, was natürlich völliger Hirnriss ist, was dann auch wahrscheinlich ein entsprechend komisches Ergebnis hat. Ist gar nicht so schlimm. Wird halt ein bisschen gelbstichiger. Ich kann das Ganze aber auch hier regeln, weil für jede Art des Weißabgleichs steht hier eine Temperatur, man redet ja von der Lichttemperatur und die kann ich hier über diesen Schieberegler beliebig einstellen. Also ich muss mich nicht auf diese Vorgaben darauf begrenzen, sondern ich kann jede beliebige Farbtemperatur einstellen. Und das geht von zack, ne, Ja, Mondaufgang sozusagen. Also ganz kalt. Und dann kann ich den Regler rüberziehen und dann seht ihr, dann wird es eben sehr schnell sehr gelb und wenn ich dann noch weiter, dann wird es noch gelber und noch gelber und irgendwann sind wir dann hier. Und dazwischen könnte man sich jetzt beliebige Stufen, gut, die Anschläge vielleicht nicht, aber dazwischen könnte man sich beliebige Stufen überlegen. Ja, aber so sah es nicht aus. Aber das weiß ich, das weißt du nicht. Du warst ja nicht da, als ich das Foto gemacht habe. Und so, das ist wie gesagt die Möglichkeit mit dem Weißabgleich zu spielen. Da muss man halt immer aufpassen oder das ist auch besonders wichtig, wenn Menschen im Bild sind. Weil wenn was mit diesem Weißabgleich bei der Aufnahme nicht stimmt, sieht man das am ehesten bei Menschen. Weil ob im Hintergrund die Wand mehr oder weniger bläulich, gelblich, wie auch immer war, weiß ja keiner, der nicht da war. Aber wenn der Mensch irgendwie aussieht, als wenn er gerade Achterbahn gefahren ist, dann weiß man, war vielleicht der falsche Weißabgleich. Naja, und ansonsten kann man hier natürlich auch die ganzen anderen Späße machen. Heller, dunkler, die Tiefen hervorholen. Also hier ein Beispiel dafür, das ist natürlich viel zu viel. Dass ich jetzt plötzlich da die anderen Häuser sehe und die Fenster in den anderen Häusern, das lenkt ja eher ab. Mal abgesehen vom Velux-Fenster im Vordergrund. Das würde ich vielleicht sowieso wegkroppen. Hier sollte man vielleicht sogar eher in die andere Richtung gehen und die Tiefen sogar noch abdunkeln, damit man wirklich eine Silhouette hat. Damit man wirklich sagt, ich will eine Silhouette, die ist einfach nur eine Fläche und im Hintergrund habe ich halt meinen Mond, meine Sonne und meinen Himmel. Und da kann man auch, wenn man will, mit diesem Klarheitsregler jetzt Drama Baby. Also der Klarheitsregler ist auch der Drama-Regler. Wenn man so Gewitterwolken oder so einen schönen Himmel hat, kann man mit dem Klarheitsregler da richtig Party machen. So, was habe ich da noch? Ja, das ist ein Beispiel für, was ich noch gar nicht hatte. Man kann natürlich auch sagen, ach, Farben sind überbewertet. Ich gehe mal hier in dieses Segment und ich schalte hier um auf Schwarz-Weiß. Ich sage, ich schalte um auf Schwarz-Weiß. Das hat man jetzt kaum gemerkt bei dem Bild, weil es war eh grau und trüb. Aber das ist jetzt umgewandelt in Schwarz-Weiß. Und auch wenn ich in Schwarz-Weiß umwandle, habe ich immer noch dieselben Regler wie vorher, weil selbst wenn ich ein sehr farbenfrohes Bild habe und wandle das in Schwarz-Weiß um, auch dann kann ich noch die Farbtemperatur ändern und es hat einen Einfluss auf das Schwarz-Weiß-Bild. Also Schwarz-Weiß, man denkt immer, ja gut, ich schalte einfach um auf Schwarz-Weiß und fertig ist. Aber dem ist nicht so. Auch hier kann ich jetzt natürlich mit dem Lichterregler und mit dem Tiefenregler, ich kann natürlich sagen, ich will die Bäume im Hintergrund noch sehen oder ich will sie gar nicht sehen. Und zu sagen, das ist mir immer noch viel zu viel Struktur im Hintergrund, das soll alles absaufen. Ich will nur wirklich die Baumkrone haben und sonst nichts. Also auch im Schwarz-Weiß-Modus kann man noch unheimlich viel hier machen. Dynamik und Sättigung natürlich nicht, weil eine Sättigung in ein Schwarz-Weiß-Bild reinhauen bringt nicht so viel. Aber auch hier könnte ich jetzt der Klarheitsregler, das ist ein schönes Beispiel, was passiert, wenn ich den Klarheitsregler in die andere Richtung schiebe, weich. Also dann wird es soft. Also böse Zungen sagen auch bei Männerporträts nach rechts, bei Frauenporträts nach links. Aber ansonsten kann man hier auch viel noch einstellen. So, jetzt überlege ich, gehen wir mal weiter. Da bist du schon wieder. Ja, das ist schlimm. Wie du dich auf die ganzen Fotos. Das ist nämlich, gilt auch für dieses Potsdorf, Gott sei Dank, das Wetter ist ja doch meistens sonnig. Potsdorf war auch ein Musterbeispiel dafür, schwierige Fotografiersituationen. Knackiger Sonnenschein und natürlich entsprechend knackige Schatten. Die Bilder, fast alle Bilder bestehen irgendwie aus da ist hell, da ist dunkel. So, und die Kamera, wie ich schon sagte, versucht den Mittelweg zu bilden. Ist ja auch nicht schlecht, aber irgendwie ist dann für mich persönlich das Helle zu hell und das Dunkle zu dunkel. Man sieht nicht so genau, was im Dunkeln los ist. Gut, kann manchmal auch ein Segen sein, aber hier wäre ich sofort dabei, wieder die Lichter runter zu regeln und wie gesagt, achtet mal oben da auf den Himmel, auf die Baum. Oh, da war ja blau und da waren ja Wolken. Also das, was vorher einfach nur eine helle, leuchtende Fläche war, da kommen plötzlich Wolken hervor und genauso umgekehrt, das ist vielleicht ein bisschen, doch, mit dem, wie ich schon sagte, mit dem Reglern so auf Anschlag ist gefährlich. Es wird halt dann gefährlich, wenn das Blau zu grell wird, also zu Clownskotze. So, und jetzt Tiefen, heben wir die ein bisschen an und auch da, vorsichtig sein, da würde ich aufhören, weil man sieht jetzt plötzlich viel mehr die Struktur, man sieht die Leute, heben sich besser vom Hintergrund ab. Das ganze Bild ist jetzt viel ausgewogener als vorher und man kann viel besser die Dinge erkennen. Ich gucke mal, doch, senkrecht, kommt hin. Ist ja auch abschüssiges Gelände, das ist sehr dankbar. Ja, auch wieder ein Beispiel für Gegenlicht, auch hier, achtet mal auf den Himmel, wenn ich jetzt die Lichter runterziehe, kommt da richtig Struktur rein, die Tiefen hoch. Also das, was ich hier mache, ist, das ist jetzt wirklich sehr simpel, immer so die Lichter runter, die Tiefen hoch, aber es ist auch in den meisten, Fällen sind das die Lösungsansätze für so problematische Bilder. Bei anderen Bildern macht man dann vielleicht noch andere Sachen, aber mir ging es hier darum, gerade die kritischen Fälle zu zeigen. Also wer es nicht erkennt, das ist die LTE, die Outdoor-LTE-Antenne vom letzten Podstock. Achso, auch hier natürlich kann man sagen, das Gras sieht so ein bisschen, gut, das war auch gerade gemäht, aber auch hier könnte man mal überlegen, mit dem Weißabgleich, da wird es sehr bläulich, hier wird es ein bisschen wärmer. Auch eins, wer schon Fotos von diesem Podstock auf Twitter von mir gesehen hat, wird sehen, eins meiner Lieblingsmotive, Sonne, die durch die Bäume bricht und ist natürlich auch wieder problematisch für die Kamera, weil da ist so ein heller Fleck, das mag sie nicht, aber auch hier kann man dann mit dem Regler, kann man dann selber entscheiden, wie strahlich die Strahlen sein sollen. Gut. Ich sagte, mein Lieblingsmotiv. Und da sieht man halt ganz deutlich, da sind noch Informationen in dem Bild, die man normalerweise nicht sieht. Und es ist ja schade, wenn man die nicht nutzt. Und genau hier auch, oh ja, da ist ja Struktur in den Bäumen. Gut. Ja, ist auch wieder so, ich merke, die Beispiele wiederholen sich, auch hier, ne, ärgerlich, so ein schöner Mann und dann kaum zu erkennen. Und es ist nur dieser helle Hintergrund da rechts außen, der das Ganze versaut. Ne? Muss man vielleicht sogar insgesamt. Das Problem ist, wenn ich den Belichtungsregler hochziehe, wird halt alles heller, auch das, was schon hell ist. Ne? Dann, muss ich dann wieder gegensteuern. Ja, ne? Noch ein Extrembeispiel, auch ganz schnell gelöst, Achtet mal auf das Sendegarten-Logo. Huch! Ne? Also, weg! Und da. Und da macht es auch nichts, dass ich hier voll auf Anschlag gehe. Es ändert nicht, also es macht jetzt das Bild nicht kaputt. Also deswegen, das ist eben das, ich sage, fotografiert in RAW, es eröffnet euch so viele Möglichkeiten und das, was ich hier an Bildbearbeitungsmöglichkeiten zeige, soll ja wirklich nur so ein erster Eindruck sein. Man kann mit Lightroom auch Panoramen machen, das ist auch eine ganz tolle Sache. Ne? Hier nochmal wieder im Hintergrund das Fenster, im Vordergrund. Hat man vorher gar nicht so richtig gesehen. Was ist denn da überhaupt los? Ne? Hier, Dela auch. Zack, zack, das kann man fast zwei Mausklicks und schon erkennt man, was in dem Bild los ist. Aber hier geht es eben auch, jetzt habe ich das wirklich mal übertrieben. Hier wird es dann auch langsam mit den Farben. Ihr seht es auf dem Beamer nicht so. Ich sehe es hier. Die Farben sehen dann schon ein bisschen, muss man vielleicht dann ein bisschen Farbe wieder rausnehmen. Ja, Hefebernd im Einsatz. Auch hier. Ich merke, ich wiederhole mich. Ja, ich habe einfach nur spontan Bilder rausgesucht. Das fand ich auch sehr schön. Das ist jetzt wieder ein super Beispiel für Tobi hält die Kamera schief, was ja auch sofort ins Auge sticht, weil dieser schöne Regalbalken da ist. Achso, da kann ich nochmal eine andere schöne Funktion zeigen. Ich mache das meistens hier über diesen Regler. Es gibt aber eigentlich noch eine andere gute Funktion. Hier seht ihr, es ist eine Wasserwaage. Die kann ich anklicken. Dann habe ich hier so eine kleine Wasserwaage. Und jetzt suche ich mir irgendeine Linie, von der ich weiß, entweder sie ist senkrecht oder sie ist waagerecht. Und dann nehme ich mal diese Linie hier und dann kann ich hier oben an der Ecke ansetzen, eine Linie nach unten ziehen, entlang der Linie. Und dann sagt Lightroom, aha, das soll senkrecht sein. Ich kümmere mich drum. Und jetzt hat er das Bild genau so weit gedreht, dass die Linie, oder der Balken, der vorher schräg war, der ist jetzt senkrecht. Das ist gerade, wenn man so einen Horizont hat oder so, geht man einmal längs mit der Maus, fertig. Bild ist vage. Kann man hier nochmal kontrollieren. Na, noch ein bisschen. So. Gut. Herr Prüttlerf. Auch da war jetzt auch so die Überlegung, wie ist es hier mit der Hautfarbe? Ist er mir zu rötlich oder ist er nicht zu rötlich? Und das kann man halt auch mit dem Weißabgleich schön machen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie sieht er mir ein bisschen zu braun gebrannt aus. Dann geht man ganz vorsichtig entweder mit dem Regler oder, ich gehe jetzt doch mal ein bisschen ins Eingemachte, es gibt hier auch noch HSL, ich weiß gar nicht, wofür das steht, HSL und Farbe. Hier könnt ihr jetzt auf einzelne Farben noch Einfluss nehmen. Wenn ihr also, oder wenn ich jetzt der Meinung bin, irgendwie ist es doch ein bisschen, finde ich, zu viel Bräune oder Röte in seinem Gesicht. Dann kann ich hier jetzt mit dem Mauszeiger reingehen und hier jetzt ziehe ich nach unten und ihr seht, jetzt wird plötzlich Herr Prüttlerf seekrank. Und es beeinflusst keine andere Farbe. Das Blau ist wie vorher, das Rot ist wie vorher, alles ist wie vorher, nur er ist jetzt sozusagen verblasst. Das kann auch bei Porträtfotos hilfreich sein, wenn jemand vielleicht wirklich vor Aufregung oder so gerötet war, weil dann will man ja nicht die Sättigung rausnehmen, dann wird ja alles blass. Dann kann man mit diesem Bereich hier, mit diesem Picker, muss man sich gar nicht überlegen, welche Farbe will ich jetzt entsättigen und dann kann man einen Farbton rausnehmen. Nur diesen einen Farbton rausnehmen oder auch verstärken, wenn man es für sinnvoll erachtet. Achso, und was man natürlich auch machen kann, wenn es um diese Beschnittgesachen geht, wenn man jetzt sagt, naja, ich habe die Kamera waagerecht, also im Querformat gehalten, man kann mit dieser Beschneiden-Funktion natürlich auch problemlos sagen, ich finde es aber im Hochformat besser, wobei ich dieses Hochformat immer ein bisschen extrem lang finde, aber Lightroom bietet auch hier gleich so eine ganze Palette an Seitenverhältnissen. Dann kann man sagen, ich gehe mal aufs 4 zu 3 Verhältnis und dann kann man hier so überlegen, wie hätte ich Skin gerne und kein Mensch weiß, dass man das Foto eigentlich im Querformat aufgenommen hat, weil die Auflösung der heutigen Kameras ist ja so, wenn man das hinterher im Web veröffentlicht, ist es ja eh egal, ob man jetzt so oder so fotografiert hat. Aber auch da, wenn jetzt einer sagt, naja, das kann ich auch mit dem JPEG machen. Beim JPEG ist das Problem, das JPEG wurde schon einmal komprimiert und wenn ich die Bilder nachher ausgeben will, dann mache ich da ja wieder ein JPEG draus. Das ist so, als wenn ihr die MP3-Datei nehmt, die MP3-Datei bearbeitet und dann wieder speichert. Dann läuft halt zweimal der Algorithmus rüber und das ist, ja, muss ja nicht sein. Was? Pfefferminztee? Da fällt mir jetzt, wo ich das gerade erzähle. Ich muss jetzt noch einmal kurz in meine PowerPoint. Ich glaube, durch den Wechsel vorhin habe ich was vergessen. Genau. Das mache ich jetzt mal kurz so, weil ich da gerade selber das Beispiel hatte, den Punkt habe ich leider von übersprungen. Seitenblick, Audiobearbeitung. Ich sitze ja hier größtenteils vor Podcastern, die sich mit Audiobearbeitung auskennen und die beste Analogie ist eben, wie ich eben schon andeutete, RAW ist für Bilder das, was WAF oder von mir aus FLAC, also Lossless Audio, zu MP3 ist. Und man sollte eben, wenn es die Umgebung zulässt, sollte man erstmal eine WAV-Datei machen oder eine FLAC-Datei machen, was unkomprimiert ist, mit der arbeiten, da seinen ganzen Audio-Voodoo drüber laufen lassen und am Ende kommt die MP3 raus. Wenn ich gleich am Anfang meiner Kette eine MP3-Datei habe, gut, dann sollte die 256 Kilo-Bit haben. Besser ist, wenn ich irgendwas habe, was eben noch gar nicht irgendwie einem Algorithmus ausgesetzt war. Ja, hier ein bisschen Geek-Kram, kann man auch ein bisschen noch hier hervorholen. Man kann immer schön hier reinzoomen und dann sieht man halt wirklich, wo sitzt denn die Schärfe? Die sitzt hier bei diesem Bild so quasi auf diesem Push-Knopf. Alles, was weiter hinten ist, wird unscharf. Alles, was dichter dran ist, ist unscharf. Und da verweise ich auf den Vortrag vom letzten Jahr Fotografieren 101, wo ich das mit der Schärfentiefe erklärt habe. Ja, das ist natürlich auch wieder etwas, was sich anbietet für das Thema Schief. Und da wollte ich noch eine Funktion zeigen, die in den neueren Lightroom-Versionen drin ist, die auch sehr schön ist. Die nennt sich Upright. Da muss ich selber gar nichts mehr machen, weil hier ist es ja so, das kann ja nicht nur schief sein, das kann ja auch so auseinandergehen, so auseinandergehen. Es kann je nach Objektiv auch noch sonst wie verzerrt sein. Und diese Upright-Funktion, der kann nicht sagen, kümmere du dich drum. Und der analysiert das Bild, sucht alle waagerechten und senkrechten Linien und fängt an, das ganze Bild so lange zu verbiegen, bis alle senkrechten senkrechten und alle waagerechten waagerecht sind. Das ist auch eine sehr schöne Funktion, die in der aktuellen Version von Lightroom drin ist. Früher musste man das alles selber machen, dann musste man an diesen Reglern dann immer so lange hin und her drehen, bis die Linien so waren, wie man sie haben wollte. Gut. Ja, was ich nur kurz, was ich schon erwähnt hatte, was auch geht, da habe ich jetzt hier, habe ich hier Beispiele, sind, man kann mit Lightroom auch sehr schön Panoram machen. Das kann ich hier mal zeigen. Dipp, 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 dipp. Das war ein Tag später. Das heißt, man macht, die seht ihr hier so grau gestellt, weil ich sie alle, ne, ihr könnt so einen ganzen Satz Bilder machen mit eurer Kamera, also so klick, 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 wirklich, das geht frei Hand, am besten im Hochformat, also Panoram, immer im Hochformat fotografieren, immer ein bisschen Überlappung lassen und dann gibt es in Lightroom eine Funktion, ich lasse, ich rufe die jetzt nicht wirklich auf, weil die brauchen ein bisschen, nennt sich Zusammenfügen von Fotos Panorama und dann kommt hinterher sowas heraus und das ist ein Panorama mit schlappen, fast 15.000 Pixeln in der Breite, also reichlich, das könnte man, was weiß ich hier, flächendeckend ausdrucken. Der Vorteil gegenüber so einem Panorama, was man vielleicht in Kamera macht, weil die Kamera so eine Funktion bietet oder weil man es mit dem Handy macht, das ist ein RAW-Panorama. Es ist, da seht ihr oben links DNG, auch Lightroom greift da auf das eigene Format, das heißt, er nimmt die RAW-Dateien, macht daraus eine riesen RAW-Datei im DNG-Format und die kann ich jetzt genauso bearbeiten wie ein einzelnes oder wie ein normales RAW-Bild, das heißt, ich kann auch hier und das seht ihr, habe ich auch wieder reichlich getan an den Reglern, um eben diesen Himmel so hinzukriegen. Ich kann ja mal zeigen, wie es vorher war, so war es vorher. Alles so ein bisschen wischiwaschi und so ist es durch meine Bearbeitung geworden. Jemand anders, der kann da noch von mir aus den Klarheit-Regler auf Anschlag ziehen, aber dann sieht es auch anders aus, um es mal vornehm auszudrücken. Gut, jetzt war für diesen Vortrag eine Dreiviertelstunde vorgesehen, die habe ich gut gefüllt, dann machen wir das so. Hat jemand Fragen, bevor wir uns an die Rechner setzen? Erik? Ich habe mal noch so eine Detailfrage, weil ich komme eigentlich vom Photoshop her und da kenne ich noch, dass man wirklich umfangen, dass man die hellsten Flächen, also wo wir uns als erstes weiß, dass dann das Weiß nicht wegfliegt und auf der anderen Seite das Schwarz nicht zuläuft, also wird in die schwärzesten schnell, dass man das so kontrollieren kann. Ich gucke mal kurz, ob ich da ein Motiv so auf die Schnelle finde, das muss ja auch irgendwas Extremes sein. Sonst gehe ich mal wieder auf die, die wir hier hatten. Nehme ich mal das. Ja, die Frage von Erik war, er kennt von Photoshop so eine Funktion, dass man das angezeigt, im Bild angezeigt wird, wo sind denn die zu dunklen oder die total dunklen und wo sind die ganz hellen Flächen? Wir haben hier das Histogramm und in dem Histogramm ist hier so ein, zack, so ein kleines Dreieck am unteren Ende und wenn ich da nur draufgehe, dann färbt er alles blau ein, was absolut 100% schwarz ist. Und ich kann, wenn ich will, das anklicken, dann bleibt es auch. Also sozusagen festtockeln und das gleiche kann ich auf der anderen Seite auch machen, das wird dann in Rot angezeigt. Und jetzt sieht man, aha, klar, die Sonne, da ist 100% weiß und der Vordergrund, das Häuserdach, der Baum, 100% schwarz und jetzt könnte ich mich, wenn das mein Ziel wäre, an den Regler drehen, bis das Rot verschwindet und bis das Blau verschwindet, ist bei diesem Motiv natürlich die Frage, will ich das? Bei dem Motiv würde ich sagen, nee, will ich nicht, weil das ist ja gerade das Tolle an diesem Motiv, aber das kann man sich hier eben so dauerhaft oder temporär durch rüber gehen, kann man sich das anzeigen lassen, wo sind denn meine ausgebrannten Flächen, wie man das nennt, weil ich manchmal auch mir ein Bild angucke und denke, also diese Dreiecke leuchten auch nur dann weiß auf, wenn es solche Regionen gibt, wenn es keine Regionen gibt, dann sind die so grau gestellt und wenn sie an sind und man guckt sich das Bild und sagt, ja, wo ist es denn und dann geht man da drauf und dann ist es irgendwo in der Ecke sind drei Pixel, die wirklich total schwarz und ja, dann bleiben die auch schwarz, weil sonst muss ich an den Reglern ziehen und versau das Bild nur. Sonst noch Fragen? Siehst du? Letzten Punkt auf meiner Folie vergessen. Gut, dass ich noch eine Viertelstunde Zeit habe. Gut, jetzt haben wir diese Bilder bearbeitet, ist ja gut und schön, aber sie sind jetzt noch in Lightroom drinne. Ich will sie ja der Welt zeigen. So, den Teil der Welt, der es interessiert. Dafür gibt es einen eigenen Menüpunkt und zwar, wir gehen jetzt hier rein, man kann jetzt entweder hier ganz klassisch mit gedrückter Steuerungstaste die Bilder markieren, die man exportieren möchte. Man kann aber auch Bilder mit Flacken versehen. Ich muss mir die Brille abnehmen. Es gibt hier Markierung festlegen, markiert, unmarkiert, abgelehnt. Also man kann sozusagen drei Zustände, man kann Farben vergeben, man kann Bewertung festlegen, ein bis fünf Sterne. Das mache ich alles gar nicht. Das machen andere Fotografen und sofort auf einen Zugriff, gib mir mal alle meine Fünf-Sterne-Bilder, so mein Goldstandard. Was ich manchmal mache, wenn es um größere Mengen sind, dass ich durchgehe durch die Bilder und dass ich dann immer sage, P ist bei mir oder ist bei Lightroom auswählen und ich habe es so eingestellt, auswählen und springe zum nächsten Bild und kann ich P und X für abgelehnt, X, P, P, X, X, P, P, X. und wenn wir uns das angucken, dann haben wir jetzt die Bilder, wenn Lightroom mal hinterherkommt, dann haben die Bilder jetzt Markierung und dann kann ich hier nämlich auch filtern auf, hier seht ihr so kleine Flacken. So, und jetzt habe ich ihnen gesagt, gebt mir nur die markierten. Also wenn ihr sagt, ich bearbeite erst mal alle, aber nur die und die und die will ich exportieren, dann markiert ihr die und dann könnt ihr hier in den Modus gehen, zeigt mir mal nur die markierten, dann wer viel mit Lightroom arbeitet, wird sich die ganzen Shortcuts angewöhnen. Das gibt es natürlich alles auch als Menüpunkt. Das war jetzt Steuerung Shift E auf Windows. Dann kommt der Export Dialog und der Export Dialog, da habe ich mir, weil ich alter Google Plus User bin, hatte ich mir so einen Export eingerichtet, Google Plus und in diesem Dialog kann man halt alles mögliche einstellen. Wohin sollen die Bilder, wie sollen sie, sollen sie irgendwie umbenannt werden, in welchem Format sollen sie exportiert werden, in welcher Qualitätsstufe, mit welchem Farbraum, sollen sie noch auf eine bestimmte Größe gebracht werden. Also ich habe irgendwann mal für mich so festgelegt, lange Kante 2048, das ist für mich der beste Kompromiss aus Größe der Datei am Ende und dass man das sich auch auf einem vernünftigen Monitor gut angucken kann. Dann kann man hier beim Exportieren sagen, schärfen, also dass nochmal so ein schärfer Algorithmus rüberläuft und das unterscheiden die sogar nochmal nach Mattenpapier und Glanzpapier. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe mal Urlaubsbilder mir so richtig riesengroß drucken lassen und habe leider erst hinterher in einem Podcast den Tipp bekommen, was auf dem Bildschirm gut aussieht, muss fürs Drucken eine Drittelblendestufe höher gemacht werden. Also da sollte man alle Bilder sich zurecht machen und hinterher sagen, alle nochmal eine Drittelblendestufe höher und dann exportieren. Weil Drucken auf Papier hat immer einen anderen optischen Effekt als ein Bildschirm, weil ein Bildschirm hat halt hinten seine Lichtquelle, das Lichtet, das Bild leuchtet und ein Bild, was du ausdruckst, ja da knallt das Licht gegen und kommt zurück und ja, ich habe heute, wenn ich die Bilder mir angucke, ja das hätte ich gerne damals schon gewusst. Also so als kleinen Bonustipp, wenn ihr Bilder exportiert, um sie irgendwo drucken zu lassen, einen Tick heller machen, als es am Bildschirm gut aussieht. Dann kann man auch Metadaten da reinschreiben, also entscheiden, ob man, es ist ja so, in seiner Kamera kann man ja einstellen, das, was weiß ich, Copyright und solche Geschichten und die ganzen Daten mit welcher Blende und Belichtung, da kann man sagen, das soll hinterher in die JPEG-Datei rein oder das soll alles weg oder ich kann hier sagen Personeninfo entfernen, weil ja in den Exif-Dateien eventuell mein Name drin steht. Ich sage, soll die Welt schon gerne wissen, dass das mein Foto ist. die Positionsinformation, also wenn ihr eine Kamera habt oder euer Handy die Positionsinformation da reinschreibt und es soll nicht jeder wissen, wo ihr das Foto gemacht habt, dann könnt ihr sagen, das wieder raus, also das Security-Aspekt auch nicht schlecht. Ja. Und kommt da unten noch was? Ja, ein Wasserzeichen, das ist ja auch so ein Streitthema unter Fotografen, ne, ein Wasserzeichen mit ins Bild einbetten. Ja. Es gibt ja auch Wasserzeichen und Wasserzeichen. Es gibt ja Leute, die machen Wasserzeichen so diagonal übers Bild, damit ja keiner das Bild veröffentlicht, ohne dass man weiß, wer dahinter steckt. Gut. Und wenn man das gemacht hat, dann werden eben hier oben links steht, sechs Dateien exportieren. Mein Lieblingsfehler ist, ich habe 120 Bilder, will sie exportieren, sag Export, geh weg, weil ich weiß, es dauert ein bisschen, komm wieder und er hat ein Bild exportiert, weil ich leider vergessen habe, alle Bilder zu markieren. Deswegen immer nochmal ganz wichtig, der Blick da oben hin, sechs exportieren. So, und dann seht ihr oben links ist so ein Statusbalken und ihr könnt währenddessen sogar in Lightroom andere Sachen machen. Also es ist, man kann auch mehrere Exporte gleichzeitig anschmeißen und tauchen da mehrere Balken auf und wie gesagt, je nach Anzahl der Bilder, Größe der Dateien und so weiter und so fort, dauert das einen kleinen Moment und ja, dann macht es irgendwann Plopp und dann habt ihr, ja, ich habe den sogar schon vorbereitet und dann habt ihr hier die Bilder exportiert. Hier zum Beispiel das Rolli-Bild und das ist jetzt ein JPEG und so könnt ihr es dann ins Web stellen, vertwittern und alles Mögliche damit machen. Insofern, ja, danke, dass du mich daran erinnert hast, weil eigentlich Plan war, Import, Bearbeiten, Export, weil wie gesagt, was nützt es der Welt, wenn ihr in Lightroom euch die Bilder bearbeitet und euch da anguckt, sollen ja auch andere was davon sehen. Gut, ich überlege, welche Sachen es hier noch so gibt, aber es geht dann alles sehr, man kann hier Buch, man kann Fotobücher, man kann drucken mit Layouts und so, habe ich einmal gemacht, weiß nicht, ich bin nicht so der Drucker, ich stelle ins Internet. Gut, sonst noch Fragen? Ja, also das ist ein fieses Thema. Die Frage ist, wie komme ich an Lightroom ran, wie ist das mit Adobe und Apple und so weiter? Also Lightroom gab es, ich habe hier die Version 6. Die Version 6 ist die letzte Version, die es so quasi in eine Box gab. Es gab nicht wirklich eine Box, es war ein Download. Ich habe 4 und 5 noch als Box zu Hause stehen, mit einer CD drinne und vor einem Jahr ungefähr hat Adobe gesagt, während Lightroom lange Zeit noch aus dem Abosystem raus war, haben sie es jetzt ins Abosystem reingepackt. Man kann aktuell, die aktuelle Lightroom-Version gibt es nur noch im Abo. Das kleinste Abo, was es gibt, ist Photoshop, Lightroom, 20 GB Cloud-Speicher, 10 Euro oder so im Monat. So, 120 im Jahr, 240 in zwei Jahren, tut mir deshalb weh, weil ich habe früher alle zwei Jahre die aktuelle Lightroom-Version als Upgrade gekauft, hat mich glaube ich 70, 80 Euro gekostet. Nun bleibe ich hier, sage ich, gut, ich habe ja meinen 6er, ich höre zwar, was die aktuelle Version immer noch so an netten, neuen Gimmicks hat, da kommen neue Regler hinzu und die Leute freuen sich und sagen, toller Regler. Gut, muss ich mit leben. Was mir irgendwann das Genick brechen könnte, ist, ich sagte ja, dieses RAW-Format ist Hersteller und sogar kameraspezifisch und Adobe muss da immer hinterher programmieren. Wenn eine neue Kamera rauskommt, kommt irgendwann ein neues Lightroom-Update raus und sagt, ich kann jetzt auch die Bilder von dieser neuen Kamera einlesen. Die alte Version wird irgendwann das nicht mehr können, dann bleibt nur der Umweg um diesen Adobe-Converter, weil der Adobe-Converter, der wird für alle Formate weiterentwickelt, ist wie gesagt kostenlos, macht diese DNG-Datei, die kann Lightroom importieren. Also mit der Krücke kann man noch ewig leben. Was ich jetzt gerade gerade eben, nicht gerade eben, gestern Abend habe ich, ich hoffe, ich finde das jetzt, Rakuten, Rakuten ist ja dieser Online-Shop, der bietet jetzt gerade an Lightroom, die 6er-Version. Das heißt, bis Juni oder so, Stand da, bis 1. Juni gibt es bei Rakuten, genau, Adobe Photoshop Lightroom 6, also die Version, die ich hier habe, gibt es noch sozusagen als Box, da ist eine Box abgebildet, das ist ein Download, es geht ja immer nur um den Download und um den Key und wie gesagt, das wäre ja wahrscheinlich, ist eine der letzten Chancen, noch an einen Lightroom zu kommen, was man dann wirklich im Nicht-Abo auf seiner Platte hat und was einem wirklich selber gehört. Alternative wäre Lightroom CC Fotografen-Abo für 9,99. Und letztens war ein Riesenaufschrei in der Fotobranche, weil irgendwelche Leute sind auf die Adobe-Seite gegangen und da war diese Option weg und die nächst teurere Option ist dann gleich 20 Euro oder mehr im Monat. Also wie gesagt, greifen Sie zu, vielleicht die letzte Chance, einen Lightroom 6 in die Hände zu bekommen, auf seinem Rechner zu installieren und so lange zu benutzen, wie die Kamera unterstützt wird oder man macht den Umweg über DNG und solange man mit den neuen Funktionen, die mittlerweile schon hinzugekommen sind, solange man ohne die leben kann. Alles klar? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt an die Rechner. Wer Lust hat, sechs Rechner habe ich mitgebracht, wer einen eigenen Rechner hat und Lightroom drauf hat, ich stehe dann daneben, ich habe die Bilder, die ich hier gezeigt habe, also die, die ich jetzt hier auf der SD-Karte hatte, die sind da alle auf den Rechnern drauf. Die Rechner sind alle in dem Modus in Lightroom importieren, das heißt, ihr sagt gleich importieren, wählt den Ordner aus, wo die Bilder, und dann könnt ihr quasi genau das machen, was ich gemacht habe oder andere Sachen oder, aber lasst meinen Rechner bitte heilen. Und damit danke ich mir für die Aufmerksamkeit. Applaus 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 Vielen Dank.